Der große Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts wurde heuer um eine halbe Million Euro modernisiert. Ab heute, Dienstag, ist er Schauplatz für den Bewuck-Prozess. Im größten Gerichtssaal Österreichs müssen sich Ex-Finanzminister Karl-Heinz Krasser, FP, VP und 14 weitere Angeklagte verantworten, darunter Ex-FP-Generalsekretär Walter Maischberger und Georg Starzer, Ex-Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich. Die Anklage lautet unter anderem auf Untreue und Bestechung bei der Bewuck-Privatisierung und der Einmietung der Finanz im Linzer Törr-Mindeltuwehr. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatten im Jahr 2009 begonnen. Wir berichten live ab Prozessbeginn. Video Vor dem Landesgericht in Wien kommt es zu Tumulten beim Eintreffen des Angeklagten Karl-Heinz Krasser. Dem Ex-Finanzminister und 14 weiteren Personen wird ein gemeinschaftlicher Tatplan der Korruption vorgeworfen. Erst gestern Nachmittag gab der oberste Gerichtshof, OGH, endgültig grünes Licht für den heutigen Prozessauftakt. Er verwarf eine Nichtigkeitsbeschwerde der Generalprokuratur. Diese war der Ansicht gewesen, dass Richterin Marion Hohenecker die Zuständigkeit beim Bewuck-Prozess verlieren sollte. Wäre der OGH dem gefolgt, hätte sich der Prozess um einige weitere Monate verzögert. Grund für die Nichtigkeitsbeschwerde war ein anderes Verfahren, der Villa-Es-Maa-Prozess um mutmaßliche Untreue bei einem gescheiterten Trainingszentrum des Immo-Finanzkonzerns. Hohenecker verurteilte in diesem Fall Tennis-Manager Ronald Leitgeb im Juni 2016, der ebenfalls angeklagte Ex-Immo-Finanz-Chef Karl Petrikowicz war verhandlungsunfähig. Der OGH hob das Urteil auf und ordnete eine Wiederholung an, zuständig ist nun Richterin Karolines Zahrmann. Auch gegen Petrikowicz, mittlerweile verhandlungsfähig, muss noch verhandelt werden. Die strittige Frage, vor welcher Richterin? Petrikowicz ist auch einer der Angeklagten im Bewuck-Prozess. Nach der Strafprozessordnung ist jener Richter für ein neues Verfahren zuständig, bei dem schon ein älteres Verfahren gegen einen der Angeklagten anhängig ist. Hätte der OGH festgestellt, dass Zahrmann im Villa-Es-Maa-Prozess für Petrikowicz zuständig ist, hätte sie auch das Bewuck-Verfahren übernehmen müssen. Der OGH entschied aber, dass es bei Villa-Es-Maa nun zwei getrennte Verfahren gibt und Holnecker über Petrikowicz urteilt. Verteidiger von Angeklagten hatten auf einen Richterwechsel beim Bewuck-Prozess gehofft. Sie geben sich aber noch nicht geschlagen. Krasse Anwalt Manfred Engeter kündigte an, heute wegen angeblich krasser kritischer Tweets des Ehemannes, von Richterin Holnecker, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Und damit werde er nicht alleine sein. Vorige Woche war Engeter, wie berichtet, mit einem Antrag abgeblitzt. Ein intensives Programm hat sich Richterin Marion Hohenecker im Bewuck-Verfahren vorgenommen. Noch vor Weihnachten finden sieben Verhandlungstage statt. Von heute bis Freitag und von 19. Bis 21. Dezember wird jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr verhandelt. Weiter geht es dann am 9. Jena 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 Jena